Ich würde sagen, wir fangen an mit Unhut in Zeit und let's go, Elfabetikon 2, äh, 3, 2, 1, los! Kein Story noch. Da muss man irgendwie anders freischalten? Ach Gott, wir werden auch verfolgt. Nur du. Was? Was ist das denn? Ich werde verfolgen, du? Ich mach das Level hier ganz gechillt. Das ja. Ist das denn? Au! Der hat sich untergeschlagen. Wow. Der macht seinen Job. Unfair. Ultra viel angelehnt ins Sunshine-Spiel. Ich bin der Fallscher angekriegt. Ich war im Sprung. Ach, ich dachte... Hallo! Ich dachte, ich treffe dich nicht. Ich meine, ich weiß auch nicht, warum ich es dann gemacht habe, aber... Ich dachte, ich treffe dich nicht. Gehts noch? Das schafft er. Wow. Einen Knopf drücken ans Herz. Ich glaube, hier geht es zu einem Horn. Du kannst es sehen. Okay, es ist wieder diese Textfolks. Der ist da ganz hinten. Aber er ruft einfach da hinten. Ach, da. Ganz mies. Ganz weit auf dem Boden. Zwei Clique und du bist fertig. Das war falsch. Nein. Ja. Ja. Oh, der hilft doch. Ja. Oh, der hilft doch. Ja. Oh, der hilft doch. Ja. Jawohl. Weil anscheinend spiel ich jetzt spontan Barbies mehrere abenteuer zu 100% durch. Weil ich einfach so gut in der Zeit bin. Und durch. Und durch. Ich habe einen Einschuss gemacht. So funktioniert das nicht im Film. Die machen nicht Einschuss und treffen die Bösen. So funktioniert das überhaupt nicht. Ganz falsch. Ganz falsch. Was war das denn? Wie funktioniert das nicht? Wie funktioniert das nicht? Okay, wen haben wir? Messer vorziehen. Nicht so. Ja, okay. Wie viel dazu. Ähm. Ja, ich habe gerade den Boss besiegt. Ich weiß nicht wie. Ich glaube, irgendwie ein Segelblatt ist auf den Boss raufgefallen oder sowas. Ich weiß es nicht. Oh, wie headquarters. Tendo DS. Da gab es noch ein Mohr Hungen Spiel für. Wer hätte das gedacht? Das neueste Mohr Hungen Spiel ist von 2018. was bitte was für welche konsole genau was es gibt wochen spiel es wird also lese ich gerade ich nehme crossingdorf ich musste ich mal ganz kurz schließen scheiß auf enemy crossing es gibt morgen eben und zum nächsten spiel möchte ich einfach nur den namen sagen bitte morgen vr und morgen lights and castles was anscheinend ein angry birds ist es wird immer ekliger hör auf ein crosser von mohn x angry birds möchtest du den nintendo e shop schließen in der tat und ich bin mir nicht sicher ob ich das jemals wieder rückgängig mache kann man kann man im e-shop seinen browser verlauf löschen schrecklich okay ich habe den fisch ist nicht weg okay jetzt habe ich kein ufo mehr so der feuer heini macht mir sorgen da ja da schießt nämlich irgendwann oh boy das war knapp okay laser heini ich warte warte den auch lieber mal ab der hat mich gerade ein bisschen erschreckt muss ich sagen ich spiele das jetzt alles safe ja das war gut richtig safe gespielt und da oben sind richtig nervige gegner ich glaube 45 ninja sind da oben die gleich spawn ich habe ein bisschen schiss vor denen eins zwei und jetzt benutze ich einfach unbesiegbarkeit und besiegt ihr alle in der zeit bitte besiegt ihr alle in der zeit nein ah oh gott oh nein okay ich brauche 100 punkte hat mal gucken ob ich die strategie direkt hinkriege das war die könnte man ultra schießen aber richtig krass und zwar wenn man ich glaube wenn man den dreimal abschießt habe ich rausgefunden wechselt er die seite okay ich habe mir jetzt nicht geschießt aber kommt gleich 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 du kannst ihn einfach vor seiner attacke immer triggern ja es ist geil es ist so lame es ist so doof okay es gibt hier okay wenn ich bunny hopping könnte dann gibt es hier einen krassen trick mit dem man ganz viel ich habe den skip geschafft first try krasse scheiß wow ich habe gedacht ich probiere es so dreimal ich habe die deppengarn eingesammelt ich habe ich habe zwei falsche waffen wo hat die frage wie konnte das passieren ich habe nicht eine sondern zwei falsche waffen oh mein gott sieht aber gerade ganz gut aus für mich muss ich sagen und er muss zwei ziehen das heißt ich bin dran und darf den zwei zieht drauflegen ich habe nur noch eine schwarze karte in der hand und ich habe auch instant gewonnen das spiel wäre jetzt vorbei weil ich habe schwarze karte entdeckt auf jeden fall nein das ist v eindeutig ich meine warte hier eindeutig v das ist japanisch 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 v da ist ein großes v auf dem screen hallo was wollte mehr ein größeres v gibt es ja nicht so und das ist jetzt der letzte ne noch nicht zweimal zweimal bret hart was okay natürlich kann die rmg so treffen dass man dreimal gegen den gleichen muss das wäre witzig okay letzter versuch wahrscheinlich noch teilweise war ich schon what the fuck okay hört euch das an war das gut oder war das gut dank der klan dank der klan gegen doink und doink und doink the clown oh boy ich habe vorhin noch gefragt ob das möglich ist dass man teilweise dass die rmg sagt dass man dreimal den gleichen kämpfen muss aber es ist auch noch dreimal der gleiche der ich auch noch bin clown match richtig gut wie ging das hier yes mittelpoint ring es gibt muss gleichzeitig diese wolke da abschießen was geklappt wenn ich jetzt sterbe habe ich das doppelt bereut muss ich mal so dazu sagen hier will ich einfach vorbeispringen fliegen wie auch immer hey cool dass ich den mittelpunkt ring geskippt habe richtig gut wer bin ich denn nochmal ich bin ich bin zero suit ne ich habe vier buchstaben also nenne ich mich natürlich sams sams ah das ganz es ist sogar samstag wow wow okay das war nicht bedacht aber okay cool oh ich kotze alter hast du gefunden oh oh ja alter fucking chede wie eklig ist das denn das ist richtig oh oh das kann ich mir nicht besser ausdenken muss ich echt zugeben holy fucking shit ey pendant turd rock pendant turd rock in einem chain jump room ey in chain jump room ohne andere ich kann nicht weiter in das dann sind alter ist das eklig unglaublich ja ich wurde kaum getroffen ich wurde ein zweimal getroffen oder so in ganzen kampf ganz cool ganz ganz cool gg jo danke das war's achso wie war das achso das war der alphabeticon ich nominiere zerdra dogs little zero und clings viel spaß bei eurem alphabeticon so jetzt stoppe ich den timer genau bei 17 stunden heute noise sieht schön aus und und pedestal ist bomben a ahead in time b b b barbys meeresabenteuer c celeste das lernt man überall d d donkey kong e x panda bros fire striker und nicht wie schnecke g b guitar hero 3 hh greggs quest for coupons i ika chan janosch das große panama spiel k 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 m k z j k k k i k World of Hurt. Quake 2. Realm. Slayer the Spire. Ted. That alien dude. Uno. The great battle 5. VWF. Wrestlemania. The Arcade Game. Wer das weiß, der hebt die Hand. Megaman X. Yoshi's Island. The Legend of Zelda, a link to the past randomizer.